Servus Beinand. Servus. Und was hast du denn da für ein schwarzes Piest? Ja, das ist unser tolles Fahrzeug wieder, was wir umgebaut haben für einen Kunden mit Dachträgersystem, mit der Leitpart vorne drauf und Umbeleuchtung ist schon wieder ein kleines, filigranes, tolles Konzept geworden und ja, innen drin haben wir auch wieder das Modul reingemacht. So schaut es drinnen aus. Ja, gerne, schau es da an. Und mit Schiebegitter, das zeige ich euch auch gleich hinten. Ja, schon nicht schlecht, ja. Alternative Reihenbereifung und hier oben ein großer Scheinwerfer drauf, wieder zum Rückfahren oder zum Arbeiten. Das ist schon echt super. Und was auch innen drin ist, ist das Schiebegitter, diesmal auf der rechten Seite. Und da kann ich mir das halt so betätigen, dass er da genügend Platz hat. Innenbeleuchtung, das war es schon wieder. Also, ich wünsche euch einen noch einen schönen Sommer. Bis bald. Schöne Sommerzeit. Macht es gut. Servus.